Ja, Leute, wir haben's ganz knapp überlebt hier, unseren Creeper-Angriff. Und ich baue gleich erstmal einen neuen Covalstone-Generator. Unbedingt, weil wir jetzt, glaube ich, am besten eine Mauer bauen. Ja, wie in Deutschland, vor ein paar Jahren. Und, ähm, dann sind die ganzen Creeper weg. Ja, ich will erstmal ein bisschen... Äh, darf ich gerade Creeper rausholen und spielen? Nein, du darfst jetzt gar nichts spielen. Wir bauen die jetzt erstmal... Aber guck mal, da sind so viele Moms. Ja, trotzdem. Ich möchte jetzt erstmal... Wo ist eigentlich unsere... Unsere ganze Kiste ist ja unten jetzt. Ach, scheiße. Ich hoffe, wir haben noch die ganzen Sachen. Daniel! Ja? Hallo? Ich hau gerade nur die Creeper hier weg. Haben wir noch Stein? Oh, wir haben gar kein Stein mehr. Ich hab einen Coval. Haben wir überhaupt noch... Hast du eine Pickaxe? Ja. Der Gerät kommt. Der Gerät kommt. Der Gerät kommt, gut. Äh, bei der Gerät. Guck doch mal, der Gerät. Der Gerät kommt nach unten. Äh, wie du mein. Der Gerät ist ein Zombie. Nee, nee, nix da. Der ist gerade abgekommen. Wir brauchen jetzt unbedingt ein bisschen Stein. Jetzt gib mir ein bisschen Stein. Ja, warte, ich geb dir drei, okay. Okay. Machen wir dann auch einen. Oh, da geht's ja gar nicht mehr runter. Fuck. So. Dann müssen wir das hier mal ein bisschen, ein bisschen ausbauen wieder. Ich baue gleich einen besseren Generator. Dafür brauche ich nur einen Stack-Kobbel. Nur einen Stack. Gut, dann hauen wir den aber gleich erstmal nicht mehr auf die... Aufs... Sieben. Ach, egal. Es sind halt sieben. Ergernet. Wir werden alles ausbessern, aber das wird richtig witzig. Uiuiuiuiuiui. So. Und du, äh, hörst auf die Creeper da oben zu ärgern. Ich mach da mal Spaß. Nein, ich hab keinen Bock, dass sie wieder hinter dir herrennen und dann explodiert wieder alles. Da hab ich kein... Es kommt nur an der Gerät. So, ich hab jetzt eine Stonepick-X hab ich noch in den Dingsons gelegt. Äh, genau das wollte ich, äh, ich... Äh, guck mal, wo ich gespawnt habe. Ja, das meine ich nämlich. Guck mal, wegen dir sind jetzt die ganzen Zombies auf der Insel. Das sollte nicht. Du gehst da jetzt nicht mehr hin. Nicht Oman, sondern... Gut, so. Warte, ich hol zwei Korbel und mach das da vorne zu, okay? Dann kommen auch gleich... Dann kommen auch gleich keine raus. So, ich hab zwei. Es kann nur jetzt sein, dass ein paar rauskommen, während ich da hinlaufe. Ah, haha, scheiß Creeper. Ach, der schwebt die ganze Zeit XP um mich rum, das nervt. Tja, so acht Stück. Die Sonne geht wieder unter. Daniel! Ja. Ja, das meine ich ja. Ich muss das jetzt alles erstmal fixen. So. Tja, ist doch so. Du fixst es. Nein, nicht ficken, fixen. Ja, hab ich doch gesagt, du fixst es. So, richtig? Okay, ich hab jetzt vier Korbel. Das wird hundertprozentig nicht ausreichen. Ich werf dir mal grad ein bisschen Korbel runter. Erstmal müssen wir hier... Ich weiß nicht, woher die Lava kommt, weil die weg... Von unserem Korbelstone-Generator. Warte, ich nehm einfach mal grad die Lava davon, okay? Nein, die ist jetzt hier weg. Jetzt kannst du... Naja, komm mal nach oben, siehst du selber an. Warte, ich baue unseren Wasserfluss weiter, so. Komm nach oben und siehst du selber an. Nein, noch bin ich nicht fertig. Dann siehst du was für den Scheiß du grad gemacht hast. Die Lava ist weg, oder? Nein, das ist nicht... Gut, dann ist ja noch alles in Ordnung. Was denn? Das! Ja, schön. Das ist aber nicht gerade irgendwie... Eigentlich darf man die Lava nicht sehen. Ich glaub, du hast grad unsere Lava kaputt gemacht. Ich glaube nicht. Warte, da muss der hier aber weg. Und die Lava muss hier wieder zu, so. Gib mir meine Puggex. Ich hab gedacht, unten liegt noch eine drinnen. Da, Mann. Frauen und Technik. So. Da unten muss noch unbedingt ein... So. Nein! Nein! Oh, come on! Oh, lalalalalala. Wir haben ein ganz kleines Problem. Ein ganz kleines. Du darfst die jetzt wegmachen. Ich hab das letzte Mal weggemacht. Ja, davor hab ich weggemacht. Also musst du wieder dran. Doch, das hab ich jetzt gerade so beschlossen. Mach du das mal weg. Warte mal. So viel zum Thema, die Zombies kommen doch nicht. Die spawnen jetzt alle auf dem Haus. So, das mach ich demnächst. Auch wenn's wieder Tag ist und die oben alle abgestorben sind, dann hau ich da oben ein paar Fackeln drauf. Oder? Der Gerät ist wieder da. Schön für der Gerät. So, das hier kann auch weg. Alter, jetzt mach diesen Obsidian dann weg. Dann kannst du wegmachen. Ist deine Aufgabe jetzt. Ich brauch Koppel, damit ich einen besseren Generator bauen kann. Stimmt, wir können den ja eigentlich ganz wegklatschen und dann bauen wir einen ganz neuen da hin. Ja, hatte ich auch einen. Aber ich hab drei Koppelstom. Wie viel brauchst du? Ein paar. Was heißt ein paar? Ein paar. Alter, leck das. So, jetzt hat's aufgehört. Sagen wir 20 reichen. Gut, die kann ich dir organisieren. Vier hab ich schon mal. Leicht deprimiert. Ganz leicht, ne? Vier Stück brauchst du. So, dann werde ich hier erstmal ein bisschen... 20. Komm her, Cobblestone. Da, jetzt haben wir dich. Da liegt auch noch einer. Schon haben wir sieben. Ich hab auch noch einen. Gut. Dann brauch ich nur 19. Ja, der Obsidian ist weg. Sehr gut. Ähm, wo wollte ich jetzt... Fuck, wo wollte ich jetzt da hinten hinhauen, oder? Ja, warum nicht? Ich frag mich immer noch, wie du das gerade eben geschafft hast, dass daraus Obsidian zu machen. Nicht, weil ich so schön bin, so schlau bin, so schlau. Also, acht Stück haben wir jetzt, wenn du einen dazu rechnen. Äh, ich hab ne Idee, wie wir noch mehr bekommen können. Wir hauen ja einfach mal die unter der Treppe weg. Okay, ich hab da auch grad gerade hingesetzt. So, wie haben wir jetzt? Ich hab fünf. Wie fährst du dir da hin? Jetzt haben wir 14. Du hast gar keinen. Also haben wir 14. Ich hab dir gerade alle zugebracht. Ich kann schon mal anfangen. Ja. Okay, da kommt das Wasser raus. Ähm, ich brauch mal einen Eimer. Äh, der ist hier unten. Hoffentlich. 16. Wo ist der? Sehr schön. Ähm. Der geht es. Ja, der Eimer ist da. Gut. 16 Stück haben wir schon mal. 4 Stück können wir uns auch irgendwo herholen. Hoffentlich. Gebt mir mal einen Kabel. Eine oder mehrere. Alle. Zack. Geht doch. Dafür brauch ich aber ein bisschen Platz. Ja, dann schaff dir ein bisschen Platz. Hm, hau den Furnace da mal weg. Ja, mach ich. Viel Spaß. Wir müssten ganz unten auf ungefähr Y0 einen Auffangback machen. Und dann würden die ganzen Creeper, die da runterfallen, sterben. Und die würden... Ähm, Monsterparty. Ja, echt Monsterparty. Party, party. So. Ähm. Furnace hau ich auch da unten. Ja, komm. Als nächstes bauen wir eine Baumplantage, weil wir ein bisschen Holz brauchen. Okay, der ist verloren, der Cable Stone. Ja, ja. Reichen, erreichen die Cable Stones? Hm, kann ich noch nicht sagen. Was wird denn das? Ich weiß auch noch, wie er einen baut, aber der ist dann halt ein bisschen... Da brauchen wir ein bisschen Cable Stone. Hm. Ist eigentlich voll das simple Design. Ja, mag sein. Das Design. Und da oben kommt gleich Wasser rein. Wetten? Naja, durch diese Koppel muss eigentlich Wasser, deswegen... Ähm... So wie hier. So. Der erste Gerät ist fertig. Interessant. Ich esse ein bisschen Zombie-Fleisch. Tu das. Jesus mag Zombie-Fleisch. So. Oh, fast runtergefallen. Das will ich ja überhaupt nicht. So. Ein Grundgerüst ist fertig. Der erste könnte theoretisch mit ihnen gehen. Ja, dann brauchst du jetzt noch ein bisschen Lava und ein bisschen Wasser. Lava habe ich, Wasser auch. Was muss man nochmal als Essessinn machen? Die Lava oder das Wasser? Weiß ich nicht. Werden wir dann sehen. Oder du. Ja. Ich würde einfach mal sagen, als erstes die Lava. Warte, nochmal gucken, ob das richtig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Ich weiß ja nicht mal, wie du es... Wie das... Oh, ist immer wieder weg. Fließt das da nicht runter? Dammit! Nee, kannst du jetzt wegmachen. Warte. Warte. Warte, wie ich den woanders gebaut habe. Ja, genau. Das solltest du mal machen. Können wir nicht einen bauen, wo man auch von zwei Seiten minen kann? Könnten wir. Geht der... Geht das damit auf? Ja, der ist für zwei Seiten, aber... Ich habe halt keine Ahnung, wie der geht. Ich muss gerade nochmal nachgucken. Okay. Weil sonst wäre es ein bisschen sinnlos, wenn wir nur auf einer Seite minen könnten. Ach ja, das wird so richtig witzig. Oh ja. War so richtig. Ob sie ihn abbauen. Geil. Das ist ein Hobby von mir, ne? Wow! Wer hat hier Löcher hingebaut? Wo? Wann? Auf uns zu haben. Da sind auf einmal Löcher. Da sind überall Löcher. In der Matrix. Wait! Der Obsidian ist weg. Ja. Tut mir echt leid, aber... Oh, die Sonne geht auch. Wir können gleich erstmal... Ich könnte jetzt auch noch ganz schlafen gehen, aber wir haben kein Bett mehr. Jetzt muss ich jetzt mal hier... Die Workbench kaputt machen, damit ich einen Block habe, falls das nicht geht. Und den Dirt. Ich griefe gerade ein Island. Was machst du? Ich griefe gerade eins, damit ich gleich genug habe. Okay. Ach, du bist ja gerade woanders. Ja, dann... Dann könnte ich unten auch mal den Dirt wegmachen. Aber ich sollte mal vielleicht noch irgendwie ein bisschen Kabel haben damit. Falls... Oh, jetzt explodiert, sag ich schon. Jetzt brennt da endlich mal zu Tode, die Zombies. Ja, eindeutig. Ähm... Fast runtergefallen. Na, schau! Schlimm, schlimm, schlimm hier. Mann, ich brauche noch ein Block, ganz aufig. Okay, okay, okay. Wie lange nehmen wir einen Genschau? Nee, ich kann mal nachgucken. Und das sind genau zwölf Minuten. Zwölf Minuten? So lange schon? Als wenn? Nicht als wenn, als ob. Nein, als wenn. Als ob. Warte mal, sagen wir als wenn. Als ob. Als wenn. Als wenn. Ja, eben als wenn. Als if. If kann aber wenn, oder... Das heißt als wenn. Ja, pfff. So, ich glaube, ich werde dann das hier irgendwann mal ausbrechen, dann ist die halt die... Uh, ich da. Warst du, bist du wieder da? Nein, aber ich bin da, wo der Cowlstone Generator ist. Sehr gut, und ich gehe jetzt mal die Zombies töten und dafür brauche ich ein bisschen Holz und ein paar Fackeln. Tu das! Jetzt nehme ich noch die Leiter runter, dann kann ich es mir schön angucken. Da, sechs Torches habe ich noch, das sollte reichen. Ja, der hat das genauso aufgebaut wie ich. Mag sein. Oder nee, der hat das einen weiter hinten gemacht. Ja, die darfst du auch nicht direkt nebeneinander bauen, die Sachen. Nee, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ein Kabelstone habe ich, dann müsste ich aufs Dach mitkommen. Und ein Schwert, das Schwert habe ich jetzt aber weggepackt. Warum habe ich das Schwert weggepackt? Ich brauche doch beides, ey. Alter! Was? Da sind irgendwie 20 Endermans drin. Ja, es kann sein, dass da vielleicht 20 Endermans drin sind, aber die werde ich jetzt... Nein, töten nicht, aber ich werde da jetzt sie vertreiben. Also, ich gehe da nicht rein, ich gehe da nur aufs Haus drauf. Weil ich keinen Bock mehr habe, die... Sind Zombies zu... Alter, hier liegt aber ganz schön viel. Tja, Zombie... Alter, die ganzen... Geht weg, ey. Verdammte Scheiße. So, als müsste es gehen. Ja, werden wir gleich sehen, ob das geht. Äh, ne Frage... Ach ja, jetzt muss ich nochmal Lava geben, ne? So, hoffentlich reicht das hier mit der Beleuchtung. Daniel? Ja, wünsche mir Glück. Das ist echt eine Scheiße, wenn die ganzen Sachen hier immer kurzzeitig erscheinen. Man denkt an mir, wird die getötet. So. So, jetzt werden die keine Monster mehr draufspawn. Das ist schon mal sehr gut. Geh doch weg, Scheiß-Zombie. Boah, jetzt habe ich wieder das Scheiß-Problem, dass sich die Lava nicht bewegt. Doch, nö. Ich brauche gerade irgendeinen Block, um das abzublocken. Und am besten keinen, ob sie die haben. So. Irgendeinen Block einfach. Wood geht auch. Ich will nur, dass das weg ist. Ja, einen Moment. Ich habe hier einen Puppleston. Na so, dann place den mal gerade auf die Lava. Komm her. Nein, ich muss noch ganz kurz hier zu Ende. Die Fackeln... Mach ich nicht mehr. Nein. Ich geh... Was machst du da? Okay, das ist ja noch in Ordnung. So, jetzt ist es einigermaßen... Und jetzt musst du dann Koppel draufmachen, sonst kriegen wir nie einen Generator. So, wo soll ich einen Koppel draufsetzen? Da drauf. Auf die Lava. Auf die Lava. Wie viel Spaß macht du, ich weiß nicht, wo das hin soll. Meine Fress auf die Lava. Wo ist die Lava? Da ist da. Achso. So, bereit für auf die Lava. Ist das normal, dass das so wegfließt? Ja, das kann man auch wegdrücken, aber wir haben kein Koppel und deswegen... Wuhu, es geht, guck. Gut, dann werden wir das gleich erstmal abblocken mit dem Koppel, den wir uns jetzt farmen. So, ich gebe mal gerade welchen farmen, okay? Hier, guck, der ist viel effizienter. Du weißt schon, dass der nicht so, dass er es weiß, sondern dahinter kommt noch eins. Guck, da kann man nämlich so farmen. Das geht viel besser. Wenn du meinst. Wow, uncool. Scheiß Lava. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Bist du tot? Nein, ich brauche mal ein paar Koppelstorms. Ich will die Lava und das Wasser abblocken. Okay, ich gebe dir sieben. So. Ich habe zwei. Ja, kann sein. Warte, wir sollten es mal technisch klug machen. Warte, wir sollten es mal technisch klug machen.